So, Arbeitergast ist hier links Halterstelle. Ich musste gerade genau in dem Moment hier den Cutmalz setzen, gerade kurz. Also kann sein, dass das jetzt passiert, es kommt eine neue Folge, sondern dann sag ich schon mal herzlich willkommen zum Bus Simulator. Wir haben heute 27 Halterstelle insgesamt ausgewählt. So, wer will jetzt aussteigen da? Du, okay. Ja, das ist nicht mein Problem. So, Fischgrund ist die nächste Halterstelle. So, ja, das ist schon eine Tour. So. Moment, wo ist mein Hut hin? Ah, shit, ne? So. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. So. Dafür, dass hier so viele Leute stehen, da waren wir keine Halschäger. Warte mal, der ist doch gerade eben einfach so eingestiegen, der Kollege hier. Oder war der da? Oder? Du. Na klar. Okay, ich konzulele trotzdem nochmal durch. Sie haben meine Fahrkarte. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Hab ich Ihnen schon gezeigt? Hab ich Ihnen schon gezeigt? Ich hab Ihnen meine Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Wie oft wollen Sie die denn nach... Hier. Klar. Gut, alle haben ihre Fahrkarten. Sehr gut. Ich weiß, ich nerve, wenn ich vielmehr die gleichen Leute kontrolliere. Interessiere mich aber auch nicht. Ich kann ja mal wieder neu zugucken. Ich kann mir keine Gesichter merken. Sieht ja fast alle gleich aus. Nächster Halt. Schienenlegerstraße. Die Schienenlegerstraße ist die nächste alte Stelle. Oh. Bist du da mal hingeblieben? Hm. Das ist scheiße. Guck ich da weg jetzt irgendwie noch? Ja, komm ich. Okay. Viel zu eng die Kurve gefahren. Straße überquert. Was für ein Huhn? Mit wenig auf den Pillen, Kollege. Genau, du überholst mich mitten im Ort. Warum auch nicht? Ach, du führst hier links abbiegen. Hey, ich werde überholt. Der Ramp nüchtern, weil er links abbiegen will. Und ich kriege dann die nächste Strafe. Nee, ist klar. Nächster Halt. Schienenlegerstraße. Naja, weil ich hier erst so ein Fall. Wird auch ich der letzte sein wahrscheinlich. Nix halt schon ist das. Labor. Das andere, ne? Mit zwei hier, glaube ich, in der Stadt. Ich hoffe, dass wir mit dem Einkommen dann auch den neuen Bus leisten können. Aua. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Wer ist das? Keine Ahnung. Noch vier Minuten. Hier bin ich, glaube ich, schon mal lang gefahren. Ja, jetzt noch an der Haltestelle. Danke, Chef ist reinlassen. Ich bin kurz falsch eingeordnet. Bin ein bisschen irritiert. Ich war gestern viel zu lange im alten See. Tja, Pech. Riech mich. Ja, scheiß Schackloch rein da. Keine Ahnung. Führerschein? Brauchen wir das? Scheiße. Scheiße, ist mir hängen geblieben. Also, jetzt hat der... Scheiße, nix. Kriege ich den da weg? Ich bin schon zu viele Umfälle gebordet, der Stuhl hier. Hey, wir sind aber pünktlich. Das ist das Wichtigste. So. So. Ich brauche eine Fahrkarte. Du brauchst eine Fahrkarte. Du darfst auch eine Fahrkarte haben, klar. Danke. So, Hackratzentrum. Nächster Halt, Kornstraße, Lastwirtschaftszentrum. Ich hatte schon gleich die Hoffnung, dass es gerade die Entehalte ist. Aber wir haben auch nicht mehr zu fahren. So. Ach, war schon in seiner Linie. Die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft ist etwas damit. Hallo. Hallo. Na, wir haben noch ein bisschen vor uns. Bei der nächsten Haltestelle ist nämlich die Zuckerfabrik. Und dann müssen wir nämlich nochmal weiter zurück. Naja, ist auf jeden Fall jeder zweite Teil davon. Alter. Passt. So. Oh. Du kommst zur Party im alten Segelände, oder? Na klar. Können Sie sehen? Ja. Nein. Na klar. Noch nicht. Na klar. Du kommst. Oh! Ich geh -" Ich geh wavelength. Sorry meine ich. Wir haben. Ich geh das. Nächster Halt zum Heuschober. Hakeninterfektion. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Standard 1. So, ich kontrolliere nochmal durch. Ach so, hier. Na klar, hier, bitte. Na klar. Gut, ich habe alle eure Fahrkarten. Gut. Okay. Okay. So, wir haben die Fahrradkarte. Ja. Also, jetzt haben wir die Fahrradkarte. so so dann fahren wir hier wieder zu reinen jetzt dann wollen wir die Kurve ein bisschen weiter fahren, bis ich wieder irgendwo hängen bleibe an der Ecke was stinkt denn hier so hahaha das ist eine gute frage, wa? versuch's rauszufinden die Folge ist, was ist denn das für ein i? ist das die enthalte Stelle da hinten? bei da steht irgendein i dran, kann aber auch sein das ist wirklich die hinter ja ich glaube nicht, dass es die enthalte Stelle ist da kommt bestimmt noch eine was nächster Halt, Bodenbauergasse Gehen Sie weg, die Tür geht nicht zu bis dann keiner will in meiner was soll ich sagen, das kann du hast schon da hier bitte klar ich habe ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt na klar so, alle haben ihre Fahrkarten ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von der Wunderlagenschaft etwas daneben Zentrallager ja, viele Halteste dürfen es aber jetzt auch nicht mehr sollen, wenn ich ehrlich bin ja, das ist die nächste halt, die nächste ist das, ne? hier ist das irises irises keiner hier keine einzige sie haben meine fahrkarte schon wie oft wollen sie die denn noch sehen sie haben ab sie wie ich sie haben meine fahrkarte schon gesehen ich kann die leute auf den sack gehen die ganze zeit bitte nicht ja ja halt die bagger zeigt sie mir noch mal scheißegal ich hatte schon die enthalte ich habe das blinken da jetzt gerade so nein die frage ist wie viele haben dann noch also ich weiß aber wisst ihr wie noch haben wir haben schwarzfahrer gebührt zwei schwarzfahrer haben wir die frage ist wie viel haben wir noch insgesamt vor uns ok bis jetzt haben wir 20.000 ok naja wir haben noch ein bisschen was vor uns davor das blitzer da sollte man zu dieser die geschwindigkeiten halten ja tag standard 2 so dann fangen wir mal los jawohl letzte haltestelle dann haben wir es geschafft und dann hoffen wir mal dass es gereicht hat zum glück habe ich den bus noch erwischt das ist der einzige bus auf dieser linie hallo ich habe gestern so scheiß umwelt sind da hier ich habe alles gesammelt jetzt oder wird so wir machen das alles anders mal ich zeige euch mal wie das so fahrt abbrechen ja komm wir fahren zurück auf die strecke zurück warte mal da mache ich schon mal das licht aus hier fernlicht so verkannte matbeleuchtung und die fahrgastabteil brauchen wir nicht und die fernlicht sehr offen war es mir Ja gut, die ist ja nicht weit weg jetzt. Die haben halt schon... Da war 27... Scheiße, Ecke da. Da hab ich aber auch schon hingeblieben, meine Ecke. Hm. Ich glaub, das hab ich nur wenden müssen. Egal, fass drauf. So. Oh. Oh. So. Oh, wo war er die? Da. Führerschaftsbeleuchtung brauche ich nochmal. Motor aus. Da war jetzt kein Sausen. Gott sei Dank. Puh. War eine lange lange Tour. Klung, 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 klung. Schusskollision. Ich habe einen neuen Bus freigeschaltet. Wer will zwölf? So, die Frage ist, darf ich jetzt? Bin ich jetzt fertig? Habe ich jetzt also abgearbeitet? Ja, haben sie. Ich brauche jetzt nur noch die Strecke, äh, ich verbinde die Landwirtschaftszone, mindestens drei Haltestellen und die Industriezone. Abbrechen, Moment, ich mache mal noch. So, Siegwalden. Brauche ich jetzt nicht, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Ja, bitte. So, ich muss eine neue Strecke erstellen. So, also Landwirtschaftszone und die Industriezone. So, entfernen. Also Zuckerfabrik, ich würde mal machen, wo war sie denn? So, und dann haben wir die Aufgabe erledigt. So, dann setze ich jetzt nochmal nochmal Leute an. Du hast dich schon wieder selbst übertroffen. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Umgebung der Stadt je so stabil war. Ich habe nochmal mit Herrn Baumann gesprochen und wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Hauptbahnhof wieder ins Streckennetz zu integrieren. Ja, wir bei der Handelskammer sind absolut überzeugt, dass wir mit eurer Expertise die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können. Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt. Außerdem sind die Gesellschafter bereit, die Rechte für den Hafenbezirk wieder zu überschreiben. Wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr den Hauptbahnhof in euer Streckennetz einbinden und mit der anschließenden Nachfrage fertig werden könnt. So ist es, liebe Leute. Dann haben wir das jetzt auch abgearbeitet, endlich. Lange, lange gebraucht. Dreiviertelstunde, ja. Geil. Aber wir haben es gearbeitet. Wir haben alle Aufgaben erledigt. Was haben wir jetzt als nächstes? Ja, genau. Schaltet den Hauptbahnhof frei. Das ist die nächste Aufgabe. Das machen wir dann. Aber dann habt ihr nächste Folge. Ja. Ja. Ja.